Hallo, hier ist Caillou von Amatic Insight und ich begrüße euch zum zweiten Teil des Screencasts WebUI, die Schnittstelle zur Amatic Zentrale. Im ersten Teil ging es primär um die Vorstellung der WebUI, für was sie da ist und was man damit machen kann. Im zweiten Teil schauen wir uns heute mal Direktverknüpfungen und Programme an. So schön es am Anfang sein kann, sich über die Favoriten eigene Aktoren anzuzeigen und auch diese darüber bedienen zu können, macht eine Hausautomation ja eigentlich nur Sinn, wenn sie auch irgendetwas automatisiert. Hier kommen nun die Direktverknüpfungen und Programme ins Spiel. Die Direktverknüpfung ist die einfachere Variante, um zwischen einem Sender und einem Empfänger eine Beziehung herzustellen, die auch autark, also ohne Zentrale, eine Aktion ausführen kann. Über Programme lassen sich komplexere Aufgaben erledigen. So kann zum Beispiel eine erhöhte Außentemperatur zum Anlass genommen werden, den Rollladen im Wohnzimmer herunterzufahren. Schauen wir uns zunächst aber einmal die Direktverknüpfungen an. Diese lassen sich erstellen bzw. einsehen, wenn man den Programmpunkt Programme und Verknüpfungen wählt und dort direkte Geräteverknüpfungen. Hier sieht man nun eine Liste mit den aktuellen Geräteverknüpfungen. Auf der linken Seite stehen die Sender, die über ein sogenanntes Verknüpfungsprofil mit dem Empfänger verbunden sind. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Wenn man mit der Maus über einen Sendernamen fährt, wird rechts daneben ein Piktogramm eingeblendet. An diesem lässt sich recht einfach ablesen, welcher Kanal des Senders mit dem Empfänger verknüpft wurde. Das gleiche Spiel funktioniert auch mit den Empfängern auf der rechten Seite. Einfach mit der Maus über den Namen fahren und man sieht ein Piktogramm mit der entsprechenden Verknüpfung. Schauen wir uns mal so eine Direktverknüpfung ein wenig genauer an. Nehmen wir uns mal die erste Verknüpfung vor und klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten. Hier sehen wir nun die einzelnen Verknüpfungsdetails. Auf der linken Seite steht der Sender mit seinem Namen, der Seriennummer und der Möglichkeit, die Kanalparameter direkt einzustellen. In der Mitte hat man die Möglichkeit, der Verknüpfung einen Namen an der Beschreibung zu geben. Die Beschreibung kann auch mit einem Klick auf die Schaltfläche automatisch aus den aktuellen Einstellungen generiert werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Löschen kann man die aktuellen Verknüpfungspartner dieser Verknüpfung löschen. Was es damit auf sich hat, erkläre ich im dritten Teil des Screencasts. Auf der rechten Seite stehen die Angaben zum Empfänger, auch dieser mit Namen, seiner Seriennummer und der Möglichkeit, die Kanalparameter direkt von hier aus einzustellen. Der wichtigste Teil einer Verknüpfung sind die sogenannten Profileinstellungen. Für eine Vielzahl von Kombinationen von Sender und Empfänger bietet die Homematic-Zentrale eine Auswahl von diesen Profileinstellungen. Diese bieten gängige Funktionen wie das Ein- und Ausschalten von Aktoren oder zum Beispiel eine Treppenhaussteuerung und lassen sich bequem über die Dropdown-Box auswählen. In diesem Beispiel habe ich das Profil Schalte ein ausgewählt. Mit diesem Profil habe ich eine sogenannte Toggle-Funktion. Das bedeutet, wenn ich den Taster drücke, schaltet sich der Aktor ein, drücke ich ihn nochmal, schaltet er sich wieder aus. Über die zusätzlichen Parameter habe ich die Möglichkeit, das Verhalten zu ändern. Für das Profil Treppenhauslicht habe ich beispielsweise nur die Möglichkeit, die Verweildauer einzutragen. Danach würde sich der Aktor automatisch wieder ausschalten. Angaben sind möglich im Sekunden-, Minuten- oder auch Stundenbereich. Wenn ich auf Wert eingeben klicke, habe ich auch die Möglichkeit, eine Zeit individuell einzutragen, wie lange der Aktor eingeschaltet bleiben soll. Um das aktuelle Verhalten als neue Beschreibung zu übernehmen, reicht ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche. Über Direktverknüpfungen ist es also möglich, beliebige Sender und Empfänger über sogenannte Profileinstellungen miteinander zu verknüpfen. Der Vorteil gegenüber Programmen ist die Möglichkeit, dass das auch funktioniert, wenn die Zentrale nicht angeschlossen bzw. eingeschaltet ist. Direktverknüpfungen laufen also völlig autark. Schauen wir uns nun einmal die Erstellung eines Programmes etwas genauer an. Mit Programmen kommen wir zum eigentlichen Thema der Hausautomation. Denn nur mit Hilfe dieser Programme lassen sich komplexere Steuerungsabläufe programmieren und auf bestimmte Situationen bestimmte Ereignisse auslösen. Um ein neues Programm anzulegen oder ein bereits bestehendes abzuändern, gehen wir auf den Bereich Programme und Verknüpfung und wählen dann Programmerstellung und Zentralverknüpfungen. Hier sehen wir nun eine Liste aller bereits erstellten Programme. Über den Aktionsbereich auf der rechten Seite lassen sich Programme löschen und bearbeiten sowie temporär deaktivieren oder auch bedienen und sichtbar machen. Legen wir nun einmal ein neues Programm an, das den Rollladen im Wohnzimmer automatisch herunterfahren soll, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert erreicht hat. Um ein neues Programm anzulegen, klicke ich auf die entsprechende Schaltfläche und gebe diesem zunächst einen eindeutigen Namen. Der Name sollte so gewählt werden, dass sich daraus der Sinn bereits ableiten lässt. Ich habe mir angewöhnt, für automatisch ablaufende Programme ein entsprechendes Kürzel davor zu stellen und dann die eigentliche Beschreibung, nämlich Rollladen, Wohnzimmer und in der Beschreibung kurz zu erläutern, was das Programm macht. Fährt den Rollladen runter, wenn Außentemp 25 Grad. Als nächstes legen wir die Bedingung fest, wann das Programm ausgelöst werden soll. Wir haben ja gesagt, dass der Rollladen im Wohnzimmer automatisch herunterfahren soll, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert erreicht hat, in unserem Fall 25 Grad. Die Bedingung wäre also, wenn Außentemperatur größer gleich 25 Grad, dann mache folgendes. Dazu klicke ich auf das kleine Plus-Symbol und wähle aus der nun erscheinenden Liste Geräteauswahl aus. Da mich ja nur Geräte und Sensoren interessieren und keine Systemvariablen zum Beispiel. Klicke auf die Schaltfläche Geräteauswahl und bekomme jetzt eine Liste aller meine Aktoren und Sensoren. Die Liste ist ein bisschen länger, deswegen filtere ich diese und zwar nur nach den Klimasensoren. Ich möchte ja wissen, wie hoch die Temperatur im Garten ist, also draußen, wähle diesen Aktor aus bzw. Sensor und habe jetzt die Möglichkeit, die Lufttemperatur abzufragen oder die relative Luftfeuchtigkeit. Als nächstes gebe ich den Wertebereich vor, ab wann das Programm auslösen soll. Ich möchte ja, dass der Rollladen runterfährt, wenn die Außentemperatur 25 Grad erreicht oder überschritten hat. Genau das definiere ich hier, nämlich wenn größer oder gleich 25 Grad, dann löse aus. Damit hätte ich die Bedingung definiert, widmen wir uns nun der Aktion, die dann ausgelöst werden soll. Also dem automatischen Herunterfahren des Rollladens. Ich klicke wieder auf das kleine grüne Plus-Symbol, wähle aus der Liste Geräteauswahl und filtere diesmal die Liste nach meinen Rollläden. Interessant ist der Rollladen im Wohnzimmer. Und ich möchte dann, dass die Behanghöhe, also wie hoch der Rollladen oben bzw. unten steht, auf 0% gesetzt wird. Das heißt, dass dieser runterfährt. Ich merke mir das so, dass diese Angabe hier die Helligkeit ist. 0% wäre also dunkel und 100% hell. Ist ein bisschen verquert, somit kann ich mir aber relativ gut merken. Das war es eigentlich schon. Das heißt, unser erstes Programm wäre fertig. Wir haben eine Bedingung, die bedeutet, wenn Klimagarten, Lufttemperatur größer oder gleich 25 Grad ist, löse das Programm aus und fahre dann den Rollladen im Wohnzimmer auf eine Behanghöhe von 0%. Um das Programm abzuspeichern, klicke ich auf die Schaltfläche OK. Damit wird es automatisch aktiviert und in Zukunft ausgeführt. Das war es auch schon mit dem zweiten Screencast über WebUI. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Kai.